Bau 2023, unser Live-Event des Jahres, eine klasse Veranstaltung. Wir freuen uns über ganz, ganz viele Besucher hier am Stand. Es ist wirklich eine tolle Atmosphäre. Die Messe lebt von dem Kontakt mit dem Kunden. Und wir alle hier von HOOC freuen uns, mit den Kunden hier in Kontakt zu sein. Es ist eine ziemlich öbliche Atmosphäre, die man sieht. Man kann den Stand aus unterschiedlichen Angeln und in unterschiedlichen Positionen entkommen. Es öffnet sich die Leute, um die Stand zu kommen und eine Diskussion zu haben, was wir den Kunden oder unseren Kunden offerten können. HOOC hat jetzt von Hydro gekauft. Und jetzt mit Hydro haben wir einen großen Scope für Produkte, Lösungen, Technik, Kompetenz und Expertise, die auch in der Zukunft besser machen. Wir waren jetzt heute das dritte Mal schon hier tatsächlich. Es war immer sehr voll. Es waren viele bekannte Gesichter auch da. Es war sehr schön bisher. Der Stand ist ansprechend gestaltet. Die Exponate, die da sind, sind auf jeden Fall interessant, auch in Szene gesetzt. Von daher ist sowohl genug da zu sehen, als auch irgendwie für die Stimmung und für Kulinarik ist auch gesorgt. Es passt perfekt. Servit und Servit